Hallo liebe SGV-Fans, herzlich willkommen zum neuen Format Nachgefragt. Ich bin der Erste. Wie heißt du? Wo bist du geboren? Momo. Wo findet dieses Jahr die WM statt? Stuttgart. Wo wolltest du schon immer mal hin? Katar. Lieber Kaffee oder Tee? New York. Worauf kannst du verzichten? Kaffee. Worauf kannst du überhaupt nicht verzichten? Urlaub. Wer sitzt in der Kabine neben dir? Meine Freundin. Wer geht dir manchmal richtig auf die Nerven? Maniak. Wie heißt euer Torwart? Finn. Benjamin Blümchen oder die Schlümpfe? Niklas. Welcher Spieler trägt den Spitznamen Mau? Schlümpfe. Wer ist der größte Spieler in der Mannschaft? Moosberger. Wer kommt immer zu spät? Niklas. Welches Tier lebt im Aquarium und hat Flossen? Adrian. Dein Spitzname? Fisch. Wen hast du zuletzt angerufen? Momo. Wer ist dein Lieblingssänger? Meine Freundin. Wie heißt dein Lieblingsgericht? Äh, Kanye West. Wie alt bist du? Linsen und Spätzle. Wie viele Tore machst du diese Saison? 20. Wie groß bist du? Ich hoffe, ganz viele. Deine Rückennummer? Äh, 1,74. Was gibt 2 minus 1? 7. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schätzt du dich ein? 1. Okay. Das ist geil. Das ist geil.